Gibt dir der Katze gerade einen Job, Leute? Ja, die Katze ist employed. So, jetzt brauchen wir erstmal deine Pflegeversicherungsnummer. Wir sind jetzt im Stichwort in Deutschland hier, ne? Rentenversicherung, wie sieht's aus? Mann, da ist der Chat. Da kannst du mit dem Chat reden. Oh, ich glaub, sie hat schon einen blauen Schein hier. Hier, bam mal bei Tadi weg. Oh, nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein, nein. Kollege? Hey, hallo, nicht da rein. Sie riecht die Tomate, die hat Bock auf Tomaten. Ja, aber das riecht an, nein, riecht an. Meint die Katze fein, als wenn wir sie streichen mit der Bürste? Und, du wurdest hops genommen. Riecht mal. Das ist nicht zum Fangen, das ist ne Bürste. Oh, wieder runter. Oh, und? Boah. Und wieder runter. Wie würde die Katze nennen? Little Pie. Little Pie. Little Pie? Ich finde, die könnte James Bond heißen. James? Ja. James, weil der hat nen Anzug an. Schau. Der hat weiße Schuhe. Und ne weiße Krawatte. Oder das Hemd. Aber eigentlich mit weißen Sneakern zu nem Anzug. Was ist denn hier drin? Digga! Was ist das denn? Raus! Du kannst nicht mitfahren. Schwein! Hallo! Warte ich hier rein. Ich schnapp sie doch. Darfst du nicht? Piss mal bei Kevin aufs T-Shirt. Nein, bitte nicht. Pinke mal richtig schön hin. Hey! Nicht in die Brötchen. Hm? Nicht hier rein. Oh, jetzt muss ich dich retten. So, du wirst jetzt abgeschleppt. So. ADAC. Übergabe. Digga, kannst du mal einmal die Tür aufmachen, gell? So. Wer falsch parkt. Den... Den schleppen wir ab. So. Und Feierabend. Digga, jetzt Kajak fahren. Digga, lass mich nicht los, du musst loslassen. Ach man, die ist so süß, ne? Mhm. Zum Glück ist Lena nicht mit dabei, Digga. Die wird die halt safe mitnehmen. Die Katze ist gleich wieder drinnen. Also ich hab die Katze da hinten gelassen. Bro! Nein, halt's Maul! Bro! Halt's Maul, Digga, das sind... Das kann nicht wie es sein. Bruder, es sind 200 Meter oder so. Okay. Nein, das ist wirklich weit. 100 Meter... Ja, 100 Meter auf jeden Fall. Bruder, als ob die jetzt grad schon wieder hier ist. Das gibt's nicht. Bro, hallo. What the fuck? Du bist ein blinder Passagier. Du musst raus. Raus! Oh Mann, das ist crazy. Oh Mann, die ist so süß, ne? Als ich grade die abgesetzt hab, hat die mich noch so übelst lange angeguckt. Sie ist schon wieder hierher gelaufen. Ich hab sie hinten abgesetzt. Bro, die ist hier den ganzen Weg mitgelaufen. Das ist das Ding. Und das ist das Ding. So, ich aspectiere dich. Yei. Das Ding. Du bist ja immer noch nicht. Du bist du bist.